Servus, ich bin der Jonas. Ich bin im dritten Lehrjahr als Mechatroniker bei der Firma Fürst Alpine Böhler Aerospace. Ich habe mich damals für den Beruf Mechatroniker entschieden, weil man als Mechatroniker in ganz viele verschiedene Bereiche eintauchen kann. Zu meinen Gebieten als Mechatroniker gehören Elektrotechnik, Elektronik, Pneumatik und unter anderem auch die Hydraulik. Das Interessante und das was mir am meisten Spaß macht an meinem Beruf ist, dass wir im Flugzeugbau tätig sind und daher dafür sorgen müssen, dass die Anlagen funktionieren und die Produktionskette bei ungeplanten Störungen damit unterstützen kann.